Hallo, wie ist der Martin von Money Monkeys? Das ist die DAX-Anleise für Montag den 14.10.2024 und unser DAX hat am Freitag noch mal richtig losgerannt. Der kleine Delfin ist jetzt hier zum Stier geworden, zum Bullen und er zeigt Kraft. Wir haben von der Konstellation definitiv das jetzt fortgeführt, was wir hier auch angesprochen hatten oder was nahelag. Wir hatten ja darüber gesprochen, Aufwärtsbewegung, Seitwärtskorrektur, noch mal Aufwärtsbewegung, Seitwärtskorrektur und hatten gesagt, wenn er das jetzt noch auflöst, nach oben kann er sich definitiv schon mal Richtung 400 schieben und auch mehr. 400 hat man gesagt, wegen dem Ursprung von der Bewegung hier, das wurde auch erreicht. Hatten gesagt, dass es ihm selbst ein tieferer Start nicht das Genick brechen würde, so in dem Bereich um, hatten eigentlich gesagt, 130, 100, so tief ist er gar nicht zurückgekommen, ist vor ein bisschen, naja, auch nicht wirklich schwach reingeschaut, das kann man eigentlich so nicht sagen, ja. Das war, das war relativ präger eigentlich, wenn man sich hier die ersten Kerzen alle anguckt, aber er hat sich gut rausreaktiviert gekriegt und dann mit Einsätzen US-Handel neben nach oben ausgelöst. Von der Abfolge der Bewegungswellen sieht es natürlich auch fertig aus, das sollte man mit dazu sagen. Auch wenn wir hier von der reinen Konstellation auf Tagesebene ja schon davon ausgehen sollten, dass da auch ein neues Tages-, ein neues Allzeithoch folgt, ja, das kann dann schon Richtung 19.600, 19.37 gehen hier. Würde ich mir den Montagsstart aber ganz, ganz, ganz genau angucken. Einfach bei den Bewegungswellen hier, erste aufwärts, Seite, zweite aufwärts, Seite, dritte aufwärts. So was durchaus auch schon mal als komplette Bewegung ausreichen kann. Das heißt, sollte der Montag tief rein starten und hier nicht schön nach oben sich, ähm, ähm, etabliert bekommen und eigentlich eher so unter 3.80 runtersebeln, unter 3.60 runtersebeln und er stellt dann dann nach 9.30 Uhr, nach 10 Uhr eher neue Tagestiefs rein. Ähm, sollte man genau hingucken, weil das dann sonst durchaus noch mal eine Bewegung in die 19.50 reinwerten kann und dann wird er die Seitwärtsbewegung, die er hier so ein bisschen hatte, noch mal fortführen. Ja, also der erste Anlaufpunkt von oben wäre dann so 2.80, 2.80 bis ich sag mal 2.50, das wäre so die erste Stelle. Wenn er unter der 3, sag mal ruhig 3.60 nach unten macht, ja, kann er bis 2.80, 2.50 und würde dann aber auch noch weiter abgeben, ja. Ja, vielleicht hier mit der 200 ein bisschen spielen, nochmal kurz den Rücklauf nach oben und dann weiter runter Richtung 19.100 und 19.50. Wenn er wirklich von Beginn an Schwäche zeigt, so wie die letzten Montage. Vergesst das nicht, die Montage sind jetzt die letzten beiden Wochen wirklich eher schwach reingekommen, ja, und, ähm, gar nicht so stark. Wir können mal gucken, wo hier der Montag war. Freitag, das war, das war letzte Woche Montag. Hier gucken wir, das ist die erste Kerze, die hier, ja, da hat er erstmal 6 Stunden nach unten geblubbert und die Woche danach sind wir auf Freitag sehr positiv abgerechnet, ja, das war Freitag, das war auch noch Freitag, Tagesschluss quasi nochmal richtig hochgezogen und das war am Montag die ersten Stunden, ja, also wenn ihr da so einen Touch reinkriegt, dann macht er das wieder so. Und deswegen würde ich die Kante hier komplett hart, ganz eng ziehen und sagen, alles unter 3.60 für mich dann eher nach unten gerichtet. Aus der Situation heraus, dass er mal den letzten Montage schwachs waren und wenn er das jetzt als seinen Trend annimmt oder als seine, ja, als seine Macke jetzt für die nächsten Tage, dann, solange wir nichts anderes sehen, unterstellen wir ihm immer, dass er das macht, was er am häufigsten macht oder dass einfach an seinem Verhaltensmuster drinnen bleibt. Bis wir sehen, er läuft da knallhart und deutlich raus. Knallhart und deutlich rauslaufen würde bedeuten, wir kriegen hier ihn gar nicht erst unter 3.60, er bleibt stabil stehen und lief von uns auch nach 9.30, nach 10 Uhr neue Tageshoch, dann darf er gerne weiter rein in die 19.80, 19.600 und auch in die 19.37, da spricht überhaupt nichts dagegen, hier neue Allzeithochs reinzusetzen. Sollte der aber eben wieder so einen Montag planen, wird der die nächsten Tage wieder bis in 19.50 nach unten zurückgeschoben werden. Ja, erster Anlauf 2.50, 2.80, dann 2.100, später dann wieder 1.50, 1.100 bis ins Ziel, was dann vielleicht Mittwoch erreicht werden würde, auf die 19.50. Ja, also wenn er den Montag wieder verpatzt. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Das wäre die Erwartungshaltung für den Montag. Die Sachen, die wir handeln können, das heißt, klipp und klar, auch gesagt, über 3.60 eben tatsächlich dann eher der Longsum verprosieren. Ja, in die nächsten Ziele rein. Sehen wir das aber nicht, wissen wir auch bis wohin und wie weiter. Ich wünsche euch also viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.